Hallihallo, willkommen zum Pokal, zu Let's Play Hertha. Genau. Hast schon alles gesagt. Genau. Kurz, knappig, zack, zack hier. Wir sind heiß. Wir wollen in die nächste Runde. Unser erstes Pokalspiel diese Saison, ne? Ja, genau. Ja, letzte Saison mit dem Pokal lief nicht so gut. Wir hoffen, die Saison geht es besser. Ja, hoffen wir mal. Ja, wird schon. Und ein Flutlichtspiel, sehr schön. Es ist dunkel. Ich habe eigentlich verdunkelt. Deswegen ist doch Licht an. Ja, da bin ich zufrieden. Okay. Sauber Sache. Ja, ja, so. Ja, tach, 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 tach. So, Birki ist ein Tor. Auf jetzt. Ja, sehr gut. So, jeetet. Nein, ich habe doch gedrückt. Jetzt aber. Ah. Sehr gut. Bitte warte ich. Oh, Mist. Der kam. Ja, der kam gar nicht mal. Ja, der kam gut. So, so übel. Ja, der kam gut. So übel. Alter Schweder. Oh, Junge. Oh. Warum hat der denn jetzt den angenommen? Na, egal. Keine Ahnung. Ecke. Einwurf. Ich kann gerade sagen Ecke. Habe ich gehört. Nicht schlimm. Heißt doch, drei Einwürfe. Eine Ecke. Äh, Nummer zwei. Oh. Nummer drei. Drei. Nächstes Mal ist eine Ecke. Oh, schade. Komm. Komm, Sigaci, zurück hier. Ja, irgendwie haben wir kein Mittelfeld. Kann es sein? Das mag ich nicht. Das ist blöd. Gibt es nicht. Nein. Oh. Nein, 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 nein. Ich habe gerade Panik gehabt, ey. Ach, ja. Ja. Letztes Spiel war scheiße, ey. Ja. Oh, auf der Linie. Unten? Ähm, ja. So. Nicht. Ja, der ist ein bisschen zu weit gelaufen anscheinend. Ne, 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 ne. Ja, genau. Ja, haha. Ich spiele ganz eindeutig den Ball, ja. Ach. Das gibt's doch nicht. Wer hat schon einen Fehler gemacht hier, den ich hatte? Keiner. Doch. Die standen alle scheiße. Äh, viel Freude. Ja. Ja. Hallo. Geht's noch, ey? Ne, kurz bist du schon wieder anderswo wieder zurückgelegen, ey. Egal, ist doch nur ein Tor, ey. Ja. Hä? Was ist denn das, ey? Ja, klar. Mann. Bäm, hier, Alter. Mann. Geh doch mal hin da jetzt. Ja. Klar, ich bin Tiki-Taka-Fußball hier. Ja, ist Freiburg. Äh. Er lässt sich fallen, ey. Ach, ich hab keine Lust, ey. Äh. Äh. Kopf da hin, ist okay. Woah. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, hier ist schlecht, ey. Oh, hier ist schlecht, ey. Wir sind doch alle schneller als wir, wa? Nein. Nein, schade. Ah, genau so weiter. Hoffnung lebt. Natürlich. Stirb zuletzt erst beim Abpfiff. Ich schieß mal. Ah. War zu feuer. Komm, bei. Hallo. Ah. Ah. Junge. Ganz ruhig. Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt ist wieder keiner hinten, ey. Ne, ne, ne. Scheiße. Sehr gut. Ey. Das kann doch nicht sein. Ach. Anders ging's nicht mehr. Ja, ja, ja. Schade. Egal, Wetter. 1-0. Das ist nur 1-0. Das können wir noch aufholen. Schaff mal. Ey, Schieber ist so langsam. Schade, schade, schade. Mann, das kann es ausrasten, ey. Da muss ich mal reinkollern können, nicht den. Hallo. Anders konnte ich nicht. Ich habe gedacht, der kommt durch. Egal, ein Wurf schon wieder. Komm, ein Tor ist verdient. Wenn er mal zum Ball geben würde. Nächster. Genau so. Alter, der braucht auch eine Woche, um sich umzudrehen. Und da setzt er sich erstmal auf den Hosenboden. Ja, nicht schlecht. Foul. Ja, aber nicht für uns. Mann, ey. Oh, wow. Ja, es war nicht so gedacht. Ey. Was? Du hast doch gerade Vorteil laufen lassen. Ja, aber nicht für uns. Was für ein Schiri, ey. Jetzt aber hier. Ich warte in der Mitte. Der war wieder so langsam, ey. Geht mir richtig auf die Eier, hier. Abseits, Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, wahr. Ja, wie er ihn abgedrängt hat extra, ey. Ach, schade. Ist egal. Es bringt uns ein bisschen Zeit, mal hier ein bisschen durchzuwechseln. Mukta kommt wieder rein, nach langer Verletzungspause. Ja. Machen wir einfach. Wir werden sehen. Nein. Bleib hinten. Ah, los. Okay. Hey, was ist denn das? Was ist denn da gewesen? Nein. Weiter. Genauso weiter. Wir haben noch zwölf Minuten. Jetzt mauern die hinten, ey. Jetzt mauern die hinten, ey. Nein. Ja, toll. Ja, toll. Du musst doch noch Zeit rausholen hier. Schauspieler. Der arme Kai ist voll aufs Knie gefallen. gleich weiter, ja. Unten, genau. Oh, sehr gut. Sehr gut. Oh, schade, 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 schade. Mann, ey. Egal, weiter. Noch ist nichts vorbei hier. Drei Minuten plus Nachrichtspielzeit sind fast zehn Minuten noch. So, jetzt aber hier kommt's. Zwei Minuten Nachspielzeit noch, alles klar. Sonst, weißt du, immer fünf Minuten Nachspielzeit, wenn wir in Führung liegen. Ey. Ja, helf mir doch mal. Ey, das gibt's nicht, ey. Unverdient. Egal. Kann man uns wenigstens auf die Liga konzentrieren. Unverdient. Gut. Die haben Sheets benutzt. Ja, ja. Ey, wir waren besser. Ja, schön. Aber die Schussgenauigkeit war noch nicht perfekt. Naja, egal. Alles kann besser werden. Jo, wir sind raus aus dem Pokal. Wir sind raus aus der Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.